Ich hab gestern auf mein Konto geguckt und dachte so, feels gut, man. Und dann so, oh, Steuern, feels bad, man. Und dann kam meine Mutter so rein und meinte so, ey, wir müssen dann hier auch bald Steuern ausmachen. Und dann war so, feels bad, man. Ja, ja. Geh nachs Haus hier vorne einfach, ins Grüne. Oh, Bro, ich bin safe tot. Arbeit. Wieso hast du schon ne Waffe? Willst du mich verarschen? Leb, Kevin. Ey, willst du mich verarschen? Ach, wait, wait, hast du noch ne extra großen? Ja, ja, ich hab ja, ja. Komm zu mir. Mach ich gleich, hier ist halt mega viel Loot. Brauchst du noch Yeezys, Bro? Äh, yes. Nee, hab, 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 hab. Oh, Schuss. Was war das für ne Waffe? Kennst du dich ein bisschen mit Schuhen aus oder eher so gar nicht? Äh, nein, eher so gar nicht. Kennst du diese Schuhmacken? Ich bin kein Sneaker-Fan. Ja, ja, aber kennst du diese, was für Schuhe trägst du sonst? So Herren-Schuhe quasi? Ja, ja. Was treten wir denn da so? Also, die meisten Schuhe, die ich so mir kaufen würde oder die ich halt bisher getragen hab, sind so Tommy Hilfiger oder Ralph Lauren. Aber, keine Ahnung, da gibt's auch solche Boots. Ich weiß nicht, wie die heißen. Chelsea's, glaub ich, heißen die. Die sind auch ganz cool. Hi. Tommy Hilfiger, ich weiß gar nicht, was die für Botten haben. Äh, nee, was ich sagen wollte. Kennst du diese Barbarossa-Schuhe oder Barbossa oder so heißen? Boah, sag mir jetzt schon leider noch das mal. Ah, ich find die übelst nice. Meine Tante hat mir die Gäste. Da muss ich mir angucken. Keine Ahnung, bei Schuhnamen tu ich mir auch schwer so. Wenn ich Schuhe seh, dann sind die halt cool. Ja, ja, ja. Also, ich kann auch mal so ne Sache. Auf Bildern könnt ihr richtig nice aussehen. Ja, ja. Ich achte halt nichts drauf. Wenn ich irgendwelche Schuhe bei irgendjemanden seh, da trickt die halt. Und ich find die halt nice, dann frag ich den halt so, was das ist. Und sowas merk ich mir dann meistens. Aber, keine Ahnung, ich bin nicht so der Typ, der jetzt noch zu schuhen. Weil ich kaufen halt, ich hab original, glaub ich, seit ich 13 bin, drei Paar Schuhe gehabt. What? Ich hab auch immer nur ein paar, was ich anziehe. Ich hab jetzt einmal solche Vans, die ich mir in London gekauft hab. Und ich hab mal so Tommy Hilfiger, die ich mir auch in London gekauft hab. So ne Lowtop Vans? Ja, genau. Also, so. Ja, und die Tommy Hilfiger sind halt so ähnlich, in so dunkelgrau. Und das war's halt eigentlich, ich hab noch Timbaland, so ganz klassische. Was? Das Game, keine Sorge, das Game ist gefixt. Nein. Das ist ne Drehtür. Ey, du hast mich rausgedrückt. LOL. Warte, 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 ich mach die Tür zu. Okay, warte. Warte, warte, ich mach die Tür zu. Fuck, Alter. Stell dich rein. Ja. LOL. Ich bin in der Tür. Bisschen in der Wand. Ich kann rausschauen und reinschauen. Bro, what the fuck? Das Game ist gefixt, keine Sorge. Game ist gefixt, keine Sorge. André hat ein 30 Schuhe. Ja, ja. ApoRed zieht um Tag 30 verschiedene Schuhe an, ne? Der, ich muss sagen, man kann ApoRed für alles haten, aber ich beneide seine Schuhe, man. Also, nicht unbedingt für die Wahl, die er getroffen hat. Also, ich find manche Schuhe echt hässlich, aber für die Anzahl, Alter. Also, ich hätte auch gern so viele Schuhe, um zu behohnest. Es müssen jetzt nicht unbedingt so viele sein, aber... Ich weiß schon, was du meinst, ja. Schon so ein paar, also, dass man so ne Auswahl hat. Ich bin viel zu faul zum Einkaufen, ist das Ding, sonst hätt ich wahrscheinlich eh mehr Schuhe, schätze ich. Aber ich kann in Ahnung. Ich ziehe auch immer nur... In den meisten, in den meisten Fällen ist mir das auch relativ egal, was für Schuhe ich anhabe, sondern einfach die, die am bequemsten sind, glaube ich. Was ich aber richtig bescheuert finde, ist, dass sich Leute so Street, also so Fashion-mäßig nennen oder irgendwie sowas, oder halt sie haben die geilsten Sachen an. Und dann ist es einfach so, dass jeder eine zerrissene Jeanne, einen Oversized Pulli und irgendwelche Sneaker anhat. Und ne Cap, und ne Cap. Das hat jeder an und dann ist das Style. So. Das ist halt... Wo, da ist jemand! Oh! What?! What?! Wo kam die Hände denn hier?! What?! Bro, holy shit! Ich hab mich so erschrocken gerade, Alter! Oh, da, gib mir ne Sekunde, ja. Ich bin hier vorne raus. Ja, ich bin hinten. Lass. Hä, du hast es geschafft? Ja, ja. Bro, was bist du für ein Movement God? Basketballer. Ich spring einfach drüber über den Container. Also. Oh, da unten auf der Straße. Wo? Gutes Auto, wir ficken den. Ich hab ne... Polizei Auto liegt da. Wo siehst du das grüne? Ah, der fährt hier, der fährt hier. Er wechselt gerade, er wechselt gerade. Oh, rechts oben, Polizei Auto. Polizei Auto rechts. Bro, ich irgendwie so ein Brot, Alter. Hab ihm ein Hit gegeben. Er hat ein Hit. Gutes Auto hat ein Hit. Auto brennt gleich. Stark raus, ist ausgestiegen. Hat zwei Hits. Hat zwei Hits. Muss reloaden, muss reloaden, reloaden. Pass auf, da ist noch ein Polizei Auto gewesen, ne? Ist down. Hinten grünes Auto. Das muss reloaden. Der ist fast down, der Typ beim Bomben. Der ist fast down. Der ist noch ein Polizei Auto unten. Der ist fast down. Oh, beim Stein hinten, beim Stein hinten. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich hab keine Deckung. Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Beim Stein vorne, über die Straße. Bro, ich aim gerade richtig scheiße. Ich bin safe, ich bin safe. Ich zieh Medikit. Okay, ich seh ihn, ich seh ihn. Warte, warte, warte. Ich hab Medikit gleich, ich hab Medikit. Okay, bin ready. Ist der war noch beim Stein? Ja, ich glaub schon, warte. Ja, links vom Stein. Und rum. Rechts oben hat nen Hit. Ich hab auch hin. Links hat Hit, links hat zwei Hits. Mach safe, mach safe. Links hat sich hingelegt. Links unten ist auch noch einer. Wo, 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 wo? Ganz, ganz links unten. Ganz links an der Straße der Stein. Ich glaub ich seh ihn, ja. Ist jetzt rechts am Stein. Fuck, wir haben richtig schlechte Posys, ne? Das ist richtig bad. Ja, du lass zurück, lass zurück. Kannst du zurückkommen zu mir? Ich geb dir Feuerschutz. Lass dich hoch, über den Bett. Hätt ich auch gesagt, ja. Let's go. Gas kommt, Gas kommt, Gas kommt. Wir sind im Gas, wir sind im Gas, wir sind im Gas, wir sind im Gas, wir sind im Gas. Wir müssen los. Ist das Reland? Oder sind wir im Gas? Ne, wir sind gerade außerhalb. Ne, ne, ne. Warte, 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 ich check kurz drüber, ob die kommen. Wir müssen halt wenn dann in deren Richtung. Ja, ja, lass dich links vorbei, lass dich links vorbei. Dann sind wir auf der anderen Straßenseite, vielleicht können wir da falten. Kannst du mir erklären, wie das Polizeiauto immer noch nicht Schrott sein kann? Hast du da drauf geschossen? Das müsste doch langsam anfangen zu brennen. Wo war der andere Typ? Waren die auf derselben Straßenseite oder waren die verteilt? Ja, 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 auf derselben Straßenseite. Ah, die fahren, die fahren, die fahren, die fahren, die fahren. Wenn die kommen, dann... Ja, ja, ja. Wenn sie kommen, ist die Party vorbei. Gib das Wodka, oh, wenn sie kommen, man. Die sind dahin ausgestiegen bei so einem Stein. Komm mal ran. Fuck man, ich bin im Wald, ich bin im Wald. Oh, Leute, als ob sie mir einen Hit geben. Die kleinen Keks. Ich bin im Wald. Ich habe mir einen Hit genommen. Oh, boy. Wenn sie mich jetzt pushen, bin ich da. Die fahren los, die fahren los. Ja, die werden mich jetzt ficken. Einer hat Hit, einer hat Hit. Einer ist down. Beine down. Nice. Awesome. Oh, das ist das wichtigste Spiel, der kommt zurück. Richtig gefickt, die Jungs. Die kleinen Huren. Wie du einfach alle Kills hast. Ich habe auf jedem einfach Support. Ja, alles easy, Bro. Digga, du hast mich halt gerettet gerade. Hätte der andere keinen Hit genommen, wäre ich down. Ich habe dem, glaube ich, entweder Helmut oder Kevler weggeschaut. Auf jeden Fall hat mir gerade so jemand gefollowed, Alter. Das wird mir dann immer angezeigt. What the fuck, Alter? Bro, bau keinen Scheiß. Vini, Vini. Wir müssen raus. Bro, ich hasse dich. Oh, der Auto brennt! Der Auto brennt! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich liebe dich. Ich bin so down. Bro, 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 ich muss kurz. Ja, 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 Pop Medikit. Der war alleine, der war alleine, der war alleine. Wieso ist das geflippt, man? Was ist das für ein Scheißspiel? Oh, dog. Holy shit. Ich kann nichts dafür, ich schwör auf alles. Hol mal sein Auto. Ja, ja. Oh, ich liebe dich, deswegen gekillt das, mate. Ich hasse mein Leben dafür, dass das Auto geflippt ist. Ich kann nichts dafür. Oh, oh, bin drin, bin drin, bin drin, bitte. Ah, wo war das? Ich seh ihn, aber nicht. Ich seh ihn, ich seh ihn. Da unten ist ein Smoke Grenade, da unten ist ein Smoke Grenade. Von dort wahrscheinlich irgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Ja, 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 in der Smoke. Ist er in der Smoke? Keine Ahnung, vielleicht auch hinter der Smoke. Ist er nicht da, bei dem Baum? Nee. Ja, bei dem Baum. Hä, hockt er da, hockt er da? Ich glaub schon, ich glaub schon. Der hockt da! Ballern wir den einfach? Mach Mut aus, mach Mut aus. Ich baller den einfach, steck aus. Okay, okay, okay. Wo siehst du ihn? Nicht mehr, nicht mehr. Er ist am Baum gewesen, aber. Okay, wollen wir hin? Ich seh ihn nicht. Ah, in Musch, in Musch. Hat mit. Nice. Nice. Alter, ich hab mich gemutet, während wir gefahren sind. Richtig verwirrt. Ich loote ihn ganz kurz. Hast du ne Lemmy oder Make-Shift? Nee, Make-Shift leider nur. Links ist der Dings. Airdrop? Ja, lass weg. Nicht looten, nicht looten. Nee, nee, auf keinen Fall. Gerade zu war auch noch was. Gerade zu. Genau, gerade zu. Wo, wo, wo? Gerade zu. Sieht man aber noch nicht. Hinter dem Berg. Mach mal Mutter aus hier rechts. Räumen wir hier rechts. Bro, das mit dem Motor aus müssen wir noch mal üben. Ja. Oh, da ist er. Ja, ja, close. Oh, Bro, Bro, ich bin aus. Sorry, ich auch, ich auch. Hat Hit? Ja, von mir auch. Hat noch einen Hit? Ich push ihn. Hat noch einen Hit? Is down. Nice. Ist da noch einer? Nein, ich seh keinen. Erstmal nicht. Bro, ich muss kurz heilen. Ja, ja, ja. Strike war da hinten jetzt. Geh mal kurz Cover. Wir müssen den nicht looten. Wir müssen den nicht looten. Wir fahren weiter, okay? Oh, Schuss. Ah, der hat der Sniper. Der hat der Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Bleib hinten. Bleib hinten. Bleib hinten. Weißt du von wo? Oh, unten, unten, unten. Ne, unten, unten. Okay, zum Auto. Ich muss Lemmy machen. Ich muss Lemmy machen. Ich muss Lemmy machen. Chill kurz. Links kommt ein Polizator. Komm, 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 komm. Bewege dich, bewege dich, bewege dich. Bist du am Bluten? Ne. Rein, rein, rein. Ich hab Hit, ich hab Hit. Ja, same. Wir ziehen erst mal, wir ziehen erst mal. Okay, lass mich links hoch. Ich blut ein bisschen. Links hoch weg. Eine Bandage reicht. Dann bin ich wieder. Ja, same, 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 same. Wollen wir beide jetzt eine Bandage boten? Ja. Okay, 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 warte. Und go. Sag, wie du hast. Ja. Äh, jetzt. Okay. Gut, man. Gute Arbeit. Ich fahr mal hinterher. Hast Hit? Ich drehe ab, ich drehe ab, ich drehe ab, ich drehe ab. Ich drehe ab. Er ist ausgestiegen. Er muss jetzt reloaden, fahren wir in den Wald. Können wir machen, ja. Ist er eingestiegen? Er ist eingestiegen. Geh mal ein bisschen weg um den Boden rum. Er brennt, er brennt, er brennt. Wir fahren hinterher. Komm, 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 steig ein, steig ein. Warte, warte. Bin auf Platz 2. Oh, bin, bin. Alles gut. Fahr los, fahr los. Er ist ins Gas gefahren, er ist ins Gas gefahren. Er steht da vorne, er steht da vorne. Er steht da vorne. Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Nice, gut damit. Holst du das Auto? Ich muss heilen, ich muss heilen. Medikets. Auto steht im Wald, Auto steht im Wald, Auto steht im Wald, Auto steht im Wald. Ja, ja, Auto holen und dann los. Ey, Alter, Alter, ich verdeck im Toxic gleich. Ja, los, los, rein, 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 rein. Kommst du? Bin drin. Warte, bin drin. Go, 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 go. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Andere ist hin. Nach rechts, Bro, du siehst es doch. Bitte bau jetzt keinen Unfall dort. Okay, sweet. Willst du kurz heilen? Alleine, alleine, alleine. Hintersteine, hintersteine ficken wir. Links, links vorne. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Hier aussteigen? Ja. Noch kein Hit bis jetzt? Hat's Hits? Bro, ich habe mich einfach nicht drauf bis jetzt. Noch ein Hit. Bro, what the fuck? Noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Bro, ich gebe ihm nicht, ich war hin. Ich bin Till, ich lasse dich alleine. Oh, Vini, komm rein. Der ist halt so low. Vini, komm rein. Ja, hopp, hopp. Bro, tut mir leid, wenn wir jetzt sterben. Aber, eh, das kann nicht sein. Der ist so low, der Typ. Nice. Einfach weiter, einfach weiter. Wir müssen nicht looten, einfach weiter. Ja, ich muss mal reloaden. Rein, dann. Ja, ja, alles chill, alles chill. Ey, Bro, ich habe übel Gefäße. Ich bandagiere mich kurz, ich bandagiere mich kurz. Bin ich voll? Okay. Oh, dog. Da vorne ist AirDrop, da fahren wir aber nicht hin. Kannst du ganz kurz anhalten? Ich brauche eine Milchschiff. Ja. Ganz kurz. Oh, ist Digga mit Motor aus? Wo sind wir hier? Rechts Auto. Wollen wir? Wollen wir kurz gucken, ob da Sprit drin ist? Ja. Warte mal. Oh, fuck, die Safe Zone ist in der Stadt, ne? Oh nein, könnte sie nicht. Dann lass ohne Auto weiterspielen. Digga, lass ohne Auto weiterspielen. Hier parken und raus, oder was? Ja, ja, ja. Okay. Hier raus. Alright, Bro. Good luck, have fun, Alter. Euch. Gut. Genau, ja oder? Ja. nicht für eine�hörige... Ich wünsche dir hier in Arайusいや charCloud, ja. Wollen wir nach oben kurz und checken, ob da wer was im Gas rauskommt? Ja. Aber es kann auch wir haben in dem Haus sein, ne? Das ist halt das Problem. Nächstes Saves sind das bei uns. Es könnte halt oben was sein, ne? Darf habe ich ein bisschen Schiss. Also rechts sind auf jeden Fall welche. Wollen wir checken, was da abgeht oder scheiß drauf? Sollten wir schon, oder? Ich weiß nicht. Ich will halt die Posi wissen von denen, nicht, dass die uns überraschen oder so ein Shit. Aber wir dürfen nicht im Gas sein, das ist jetzt wichtiger. Gehen wir raus? Lass noch kurz chillen, oder? Okay, let's go. Die sind im Gas, oder? Ja, ich glaube auch. Oh, wir sind auch im Gas hier, oder? Oder stopp das hier? Ne, wir müssen, wir müssen, andere Wald, andere Wald, andere Wald, andere Wald. Schnell, schnell, schnell. Oh, fuck, bro. Ich muss eigentlich ein Medikin poppen. Kann sein, dass die dort alle gestorben sind. Lass ihn im Wald dann poppen, okay? Nein, es ist einer, geradezu, geradezu. Wo? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hat hit? Nein, ich helfe, du bist alleine. Ich muss in den Steinen, ich muss in den Steinen, ich move, ich move, ich move. Wir sind Feuer, ich müssen feier, ich müssen feier. Chill, kurz, chill, chill, kurz. Einer down. Noll, nice! Ja, Mann, Kevin! Alter, Digga, was? Oh, Jesus, der Hammerlob! Geil! Alter, ich habe es gar nicht gecheckt. Was hast du da gemacht mit denen? Wie vergewaltigst du die denn? Oh, shit. Was hast du gesagt? Wie hast du die denn vergewaltigt, Alter? Bro, ich habe ihm vier Hälfte schoss hintereinander gegeben. Ich habe dem einen Typ nur den Helm weg geschossen, dann bin ich hinter den Steinen gegangen und auf einmal waren beide tot, Alter. What the fuck, mate? Bei mir ist das kein scheevt. ist das da auch nicht. ministe, das ist ein wort.